Was ist los? Wenn ich das mal weiß. Fehl. Gut, meine Leute, servus und herzlich willkommen bei Master Jam. Ich arbeite zur Zeit wieder in größeren Projekten, was bedeutet, dass der ein oder andere Montag auf diesem Kanal ausfallen könnte. Was ich euch aber noch auf den Weg geben möchte, ist, dass ich einen zweiten Kanal habe, auf dem ich demnächst Let's Plays uploaden werde. Mein Plan ist es darauf, einfach just for fun ein bisschen Mario Maker zu zocken und die Level von ein paar anderen YouTuber zu spielen. Wer darauf Bock hat, abonniert hier. Außerdem möchte ich auf diesem Kanal nächstes Jahr ein Hörbuch hochladen, also könnt ihr hier schon mal vorsorglich abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit einem Best-of-Out-Tech-Video. Und was gibt es zum Weg? Bist du da? Nein. Mach doch mal was. Bist du da? Nein. Nein. Da muss ich ja nicht Schauspieler haben. Du auch nicht. Ich weiß nicht. Führen Sie die Rolle an der Rübe vorbei. Nicht die Rübe vorbei an der Rolle. Was? Ich war gar nicht. Was ist das hier für eine Mickey Mouse-Scheiße? Warum ist Private Michael nicht in der Klaue? Das stimmt nicht. Oh yeah. Oder was? Bitch. Das heißt Blut. Das kommt aus meinem Penis und meinen Eiern und meinem Arschloch. Scheiße. Waschbrett. Waschbrett. Wund. Wenn du so weiter hier rumlaufen, dann krieg ich langsam Hunger. Ich weiß nicht, ob dir irgendwo in der Nähe eine Bommelhut ist. Die beiden müssen doch irgendwie rein. Fuck! Ich suche etwas. Ja, aber was denn? Mein Penis. War aber authentisch. Ja, es war authentisch. Ja, leck mich am Arsch. Scheiße. Außerdem ist mein Penis im Guinness Buch der Rekorde. Briefe und Päckchen bekommen. Ich bin so unfähig. Tut mir leid. Was ist das? Schluck. Alles klar, Schluck. Jetzt bin ich wieder Mensch. Schneide noch schneller. Das ist schwul. Das ist schwul. Der Jam hat einen kleinen Pin. Ich habe schon 30 Zentimeter in der Hand und kann nicht damit umgehen. Ja, ehrlich. Und ich meine nicht oben rum. Der, 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 der. Okay, passiert schon eine 8.13. Viel zu viel Zeit. Wie auch an der Loge. Wie auch an der Loge. Wie auch an der Loge. Huf. Oh Gott. Habe ich gerade deinen Furz in die Fresse bekommen? Warum? Ist auch an meinem Arsch. Weil du gesagt hast, wir sollen runtergehen und dann hochkommen. Zwei. Äh, läuft schon. Halt deinen Maul. Ich bring dich um, du rothaariger Krall. Und nun das schwerstgehobelste Gewicht mit den Brustwarzen. Mein Penis. Das ist die Jungs. Harris. Ich bring dich um, du rothaier Krall. Ich bring dich um, du rothaier Krall. Untertitelung des ZDF, 2020